Freunde, es ist soweit! 100 Spieler droppen in einer einzigen Stadt. Wir haben uns Reckless Railways ausgesucht, hier fliegen auch schon alle. Alle müssen in dieser Region droppen, denn nur so kann man 1000 V-Bucks gewinnen als Gewinner am Ende. Vergesst auf gar keinen Fall, dem Video hier ein Like dazu lassen, den Kanal kostenfrei zu abonnieren. Jetzt würde ich sagen, hoffentlich überleben wir hier lang genug. Wir spektaten natürlich den ganzen Hasen bis zum Ende, falls nicht, let's go! Hier sind die Ehren-Supporter von euch eingeblendet, die mir auf Instagram ein Bild zukommen lassen haben, wie sie sich was mit dem Code ALBIVB im Alpeshop geholt haben oder den Code einfach nur eingetragen haben. Das reicht auch schon völlig aus, um eingeblendet zu werden. Vielen, vielen Dank für den unglaublichen Support. Okay, ich höre schon irgendwie Schüsse hier an der Seite, das kann nicht sein. Ich habe eine R. Ich chill jetzt erstmal hier, glaube ich. Oh mein Gott, es ist lag komplett. Es ist lag komplett. Wir müssen ganz kurz chillen hier. Wir müssen kurz chillen. Wir machen ruhigen. Ganz kurz. So, ich place es hier in der Wall und wir machen ganz kurz den Chilligen. Wir machen ganz kurz ruhig. Nice, Dad. Ich habe eine Pump. Ich habe alles, was ich brauche. Ich habe alles, was ich brauche, Chat. Alles chillen. W's, W's. Ich will die W's verlattern sehen. Uns geht es richtig gut, Chat. Das ist so gut, ne? 74 Spieler noch alive. Ihr seht, ist die Lobby sehr, sehr voll. Und während ich versucht hatte, in Reckless Railways zu überleben, taten das natürlich auch sehr, sehr viele andere mit mir. Unter diesen ganzen Leuten befand sich zum Beispiel auch noch der Johnsy. Heute sind wir undercover in Alvi. Ob es 100 Spieler in einer Stadt landen, Format drin. Und die landen jetzt alle bei Reckless Railways. Der Gewinner kriegt von den 1000 Miwax. Ich mache zwar einfach nur so mit, deswegen... Mir geht es darum, dass ich so lange wie möglich überlebe. Deswegen, ich lande jetzt einfach hier außerhalb. Alvi macht sogar auch mit. Ich glaube, der wird instant tot sein. Wir gucken auf jeden Fall mal, wie weit wir kommen. Und ob Alvi das rafft, dass ich das am Ende eigentlich bin. Wir werden erst uns kurz ein paar Mets, ein paar Healings farmen. Ich bin so ein Griefer. Oh, hier sind Minis. Let's go. Es leben immer noch 97 Leute. Jetzt schaut mal an, wie schnell schon die Leute droppen. 93. Oh mein Gott. Nur noch 89, 88, 87. Die Leute sterben, wie die fliegen. Wir müssen ganz... Wir müssen extrem krass chillen. Wir werden jetzt alles replacen hier, bis es nicht mehr so viel laggt. Ist hier noch eine Chest? Oh mein Gott, hier ist noch eine Chest. Let's go. Let's go. Oh mein Gott, wie wichtig. Wie wichtig. Oh, grüne Pump. Let's go. Oh, uns geht's so gut, ne? Okay, ich nehme die trotzdem mal mit hier. Plunge Nades. Oh, geil. Oh, wie toll. Toll. Wie toll. Das ist richtig toll. Wir verfahren uns noch ein paar Mets und dann gehen wir rein. Alter, stell dir vor, ich treffe jetzt hier einfach auch einen. Wie random, wer das denn? Ich glaube, Alvi ist auch anonym, deswegen. Ich kann gar nicht sagen, ob Alvi noch lebt oder nicht. Aber ich bin mal gespannt, was er sagt, wenn er raus will, dass ich das am Ende bin. Wir werden jetzt noch kurz die Tankstelle loot und dann gehen wir rein. Alter, sehen wir halt nur noch 65 Leute. Das geht so schnell. Das geht so schnell. Hier irgendjemand vorbeiläuft. Ich glaube, die boxen sich halt Realtalk alle hier, ne? Das wird alles jetzt sehr, sehr ekelhaft. Oh mein Gott, hier ist auch einer gelandet. Oh mein Gott, er hat meinen Loot genommen. Okay, wir haben jetzt 200 Mets und jetzt müssen wir pop-offen. Im Mets sterben bin ich echt von mir enttäuscht. Hat schon jemand das Medaillor geholt? Das Medaillor wurde immer noch nicht getaget. Wir können für das Medaillor gehen, rein theoretisch, ne? Aber wir haben auch nichts zum Escapen. Wir müssen jetzt echt einfach gut spielen. Wir laufen viele noch mit Autos rum. Laufen mit Autos rum, perfekt, Alvi. Ist gut, dass wir auf jeden Fall einen Killfall geholt haben. Über mir, neben mir, überall. Oh mein Gott. Äh? Das ist... Nein. Von wo kam der denn? Okay. Wir spektaten den Ganzen. Das kann nicht sein, Bro. Mal gucken, ob John C. Alive ist. Ich habe meine Spieler extra ausgemacht, damit ich nicht weiß, wer wer ist. Am Ende schickt mir der Gewinner ein Screenshot. Okay, wir sind jetzt legal drin. Wir sind jetzt legal drin. Wir sind jetzt auch echt nicht so viele Mets, tatsächlich, ne? Wir werden mal kurz rüber gehen. Oh mein Gott, der Bot wird gerade gefeiert. Ich würde sagen, wir gehen auf den Bot drauf. Weil das wäre insane, wenn wir den Bot kriegen würden. Oh mein Gott, die Leute sterben. Das ist sehr gut. Noch 51 Leute und jetzt bin ich da. Ich schaue hier eine sehr spannende Surf-Hack-Set. Die probiert hier zu replacen. Wer ist denn er? Okay, der kann schon mal nicht gewinnen. Ja, oder lauf ohne Waffen rein. Ohne Waffen reinlaufen. Dann passt. Wenn du jetzt so reinläufst... Ja, den Bigfoot darfst du haben. Das ist okay. Ja, du, ich spektate dir, bis du in der Stadt bist. Ja, ja. Ja, ja, mein Schlauwerger. Du dachtest auch, dass ich jetzt wegmache und du dir dann die Waffen holst, ne? Nein. So machen wir das nicht. Du läufst jetzt mal rein. Du betrittst jetzt den Reckless Railways-Boden. Wir gehen weiter. Surf-Hack-Set. In 30 AP hat nur ein Mad-Kit dabei. Ey, das ist ja richtig bitter, dass ich da gefeiert wurde. Und ich hatte eigentlich eine richtig gute Posi, fällt mir gerade auf. Er chillt immer noch ein Mech. Top 41. Und Chad, ihr müsst euch... Ihr müsst wirklich drauf achten. Ihr müsst wirklich drauf achten, Healing zu farmen, ne? Das wird... Das wird später gefährlich, wenn die Zone da ist, ne? Ey! Wer bist denn du jetzt? Der hat den Loot aufgesammelt von dem Typen von vorhin. Ne, das zählt nicht. Bruder, ich hab mir deinen Skin gemerkt. Alles wieder droppen, Bro. Ich hab das gesehen. Alles wieder droppen, was du dabei... Ja, ja. Da haben wir doch einen. Hier sind so viele Leute. Oh mein Gott, der Bot, der Bot, der Bot. Nein, 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 nein. Ich hab an Bot. What the hell? Oh mein Gott. Ich sterbe, ich sterbe, ich sterbe. Er ist auch weit. 85 weit. Oh mein Gott. Wichtig, Seon. Oh mein Gott, ich hab 28 AP, ne? Ich bin tot. Ich bin dead, Alvin. Ich bin auch dead, Bro. 39 Spieler ist noch alive. Wie bist du geschoben? Ich hab den Bot geholt, der wurde dann gefightet. Du wolltest den Bot haben? Ich hab den Bot getötet sogar, ja. Alter, okay, das ist krass. Ich hab eigentlich richtig den geilen Spot gehabt. Ich hatte auch eigentlich alles, aber dadurch, dass es so laut war, hat einfach jemand meine Wall replaced und der ist dann reingekommen, hat eine Cone geplaced und ich hatte halt kein Ealing. Ich bin rund Reels gedroppt. Warum? Ich wollte Loot haben. Du wolltest in meinem 100-Spieler-Dingens cheaten, oder was? Ich wollte es auch so cheaten. Ja, das ist nicht mal gelungen. Was ein Dulli. Okay, Alvin, auf wen setzt du? Also bei mir sind ja die, ich hab ja die Spielernamen aus, ne? Du musst ein Skin sagen, damit du... Äh, Reasons Skin. Reasons Skin. Ja, das ist mir da ja, mythischer SMG. Okay, bleib. Ja, okay, super, Bro. Also, okay, aber die Junge, was macht der denn? Er macht einfach einen Hide and Seek. Ich bin gerade auf einem Spieler drauf, der hat einen weißen Superhelden und schillt auf einem Baum drauf. Alter, einer ist in der Ecke mit null Builds und zwei SMGs. Genausskop von 172 Metern, einer. Was passiert hier? Oh mein Gott, dem, den ich spektatet hab, der in der Ecke saß, hat sich jetzt einen Kill geholt und setzt sich wieder in die Ecke. Hier chillt einer in dem Klo drin. Macht der gut eigentlich? Oh mein Gott, hat der... Weißt du, bald 1 HP? Ne, 100. Okay. Alter, dem geht's ja richtig gut hier, dem vor mir. Alter, wie siehst du denn den Baum? Ne, der ist oben in den Baum drin. Bei den... Ah, ich glaub, das ist nicht mehr drin, oder? Er choppt seine Waffen, hä? Er choppt alles, hä? Oh mein Gott, was passiert hier? Warte kurz. Oh mein Gott. Die Liedagentin. Oh, oh. Er hat halt nur 13 Schuss, der Kollege hier. Oh mein Gott. Oh mein Gott, das ist so Sprankham, Bro. Alter, alle so am chillen. Oh mein Gott, da ist eine Crate. Bro, die darfst du looten, hä? Das zählt noch. Wenn du Bock hast, kannst du die looten, Bro. Oh, oh. Der holt sich dann die Crate jetzt. Oh! Emilia, meinst du? Ich weiß nicht, ich hab die Spieler... Ich hab immer noch die Spieler in der Haus. Ja, aber meinst du, auf der anderen Seite, bei dem einzigen Haus? Neben dem Reboot-Vend. Oh mein Gott, jetzt kommt ein Riesen-Skin. Und er holt sich jetzt die Crate. Ich schau grad dem Riesen-Skin zu. Der, der, der bei der Crate ist? Also, der ist grad nicht bei der Crate, aber der hat die grad geöffnet. Ne, dann ist es, glaub ich, ein anderer. 26 Spieler noch alive. Oh, die nächste Zone, die ist noch hier. Ah, nicht schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht, okay. Ey, Junge, der eine mit 13 Schuss blau im Piep, Bro, Bro. Also, du bist echt Hardcore-Skaft, ne? Ey, Jungs, ihr müsst auch echt ein bisschen gucken. Schon noch so ein bisschen nach Loot. Es kann schon noch sein, dass irgendwo ein bisschen was rumliegt. Weil ihr braucht jetzt alle Green Healing. Weil am Ende des Tages wird derjenige gewinnen, der sich am besten versteckt jetzt bis zum Ende, aber halt dementsprechend auch am meisten Healing dabei hat. Weil ihr dürft Reckless Railways nicht verlassen. Boah, dem geht's auch richtig gut. Oh mein Gott, wer ist der? Riesen-Skin mit vier Floppern, Surfaxe mit vier Floppern und einem Mad-Kit am Start. Ich frage ich's, wo hat der die Flopper her? Geangelt? Ja, kann er ja. Aber der hat ja ein mythisches S&C. Äh, der hat, ne, der hat eine goldene Sniper, grüne Pump und eine blaue AK. Äh, blaue AK. Das war der, 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 der außerhalb die Crate geholt hat. Weißt du, unter wie ich die Crate geholt habe. Ja, aber das ist okay, das ist okay. Ist ja nicht außerhalb, das hab ich extra gesagt, dass diese, dieser Schlopper noch reinzielt. Bei mir war's so krass, weil ich hab draußen gelootet, ne, und bin dann zur Tankstelle gelaufen. Die war einfach auch schon gelootet, die Tankstelle. Top 24, es stirbt grad keiner mehr, ne. Die trauen sich alle nicht aus. Doch, der, der Insane Reason, äh, der Reason mit den ganzen Wildlife-Begriffs gefightet. Er ist außerhalb. Ne, er fährt mit dem Auto lang. Liga, team in die? Oh, 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 ich weiß, wen du meinst. Team in die? Warum schießt da eine Typ nicht auf den? Weiß ich nicht. Warum sollte er jetzt einfach random wegfahren? Ja, gut, weil er sich vielleicht nicht traut. Nein, ich meinte der andere. Warum schießt der nicht auf den? Der, der in einem Auto? Nein, jetzt steigt der eine einfach ein. Der hat den einfach abgeholt. Der hat einfach den No-Skin abgeholt und fährt jetzt wieder zurück. Ja, ich seh's, ich seh's. Ich glaub nicht, dass die Team, der ist einfach eingestiegen. Guck. Ja, aber ich glaub, das macht, weil wir es nicht sagen, ja. Weck mir so ein Gefühl. Oh, über ihm. Oh. Oh. Hä, was macht er denn? Oh, 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 oh. Vier Flopper mehr. Oh, der hat jetzt ganz dicken Stuff. Oh mein Gott. Wie heißt der? Albo heißt der. Albo? Albo mit Faro 3x. Albo mit vier Floppern. Jetzt Mad-Kids am Start. Ein Mad-Kid. 15 Bandagen. Ey, Bruder, du hast so gut wie gewonnen, Mann. Ey, Bro, wenn du da jetzt chillst, du hast gewonnen. Ah, ja, ja, ja. Aber er hat keine Pump-Muni mehr. Ja, aber das ist egal. Wenn er gefeiert wird. Ich glaub, der muss jetzt einfach nur alles vollbauen. Und der muss eigentlich jetzt die normale Pump nehmen, weil ich glaub, die andere Pump ist es nicht. Vor allem nicht mit den wenigen Schuss, die er hat. Ich würd halt noch eine MP spielen, falls da noch eine liegt. Da liegt der Safe noch eine. Oh, hier hielt einer mit Bandagen. Heal-Off. Oh, muss jetzt ein bisschen Richtung so. Ich weiß gar nicht, ob sie sich noch... Oh, wird jetzt gesnipet. Von einem lilanen Superhelden. Top 15, Top 14. Das sind ein paar Leute sehr, sehr weit an der Grenze gewesen. Von Reckless Railways. Und die haben jetzt echt Karma kassiert. Oh mein Gott. Reasonskin mit der mythischen MP und dem Medaillon. Holt sich jetzt einen. Ja, auf den setzt du, ne? Auf den hab ich gesetzt. Okay, weißt du was? Ich setz fairerweise halber auf den mit dem vielen Healing. Ja, okay. Aber er hat auch fünf Bandagen und ein Medkit. Oh mein Gott. Oh, hier ist noch einer bei Reckless Railways. Das zählt auch noch, finde ich. Und der holt sich jetzt gerade noch eine Crate. Wenn er die bekommt, das wär crazy. Und dann kann er noch schnell irgendwie an den Rand von Reckless Railways laufen. Wobei, ich glaub, zu dem Zeitpunkt wird dann alles schon moving. Aber der hat dann Stormsearch und sowas, weißt du? Ja, guck mal. Oh, der Medkit. Medkit. Ein Medkit. Oh, das ist bitter jetzt. Aber er muss sich jetzt die Minis reinpoppen, die Biggis reinpoppen, die Sachen holen und dann W-King gehen. Er muss echt fighten. Weil das Ding ist, natürlich, es kann auch so sein, dass es an dem Heal-Off, wenn dir jemand gewinnt, aber kann natürlich auch sein, dass die Leute sich einfach zu Ende totfighten. Weil Albo hat echt kein White Life. Er hat echt kein Blue Life. Er hat nur 125 AP. Ja, aber ich würde jetzt wirklich den Leuten, die jetzt kein Healing haben, probiert die Leute zu fighten, die Healing haben. Weil die werden euch outhealen. Ihr schafft es gegen die nicht. Oh. Vor einem. Er fightet. Er fightet, ja. Stark. Gut gemacht, gut gemacht. Bandys nochmal für ihn. Wichtig. Das war jetzt wichtig. Sechs Bandys. Top-7-Situation jetzt. Wen haben wir jetzt noch dabei? Albo lebt noch. Tipsy lebt noch. Tipsy noch mit 4 Quo und 5 Korn dabei. Der versucht jetzt noch den Tresor zu holen. FNCS-Skin. Felix 2010. Gute, knackige 13 Jahre alt. Mit einem Korn unterwegs. Und ist jetzt genau beim Marktplatz drin. Jetzt haben wir noch, genau, Albo noch am Leben. Und wir haben immer noch 47G Frosty wahrscheinlich. Mit diesem lilanen Schiff, also einem Motorrad-Skin. Und wir haben noch Controller Vettix, der jetzt gerade downgegangen ist. Und jetzt kommen schon Zweiertix, Albo, ne? Zweiertix. Und Buru. Und jetzt ist es natürlich... Meiner ist gerade downgegangen. Buru ist gerade downgegangen. Okay, der mit dem mythischen MP. Meiner ist jetzt noch hier am Start. Der hat jetzt gerade noch ein Medkit, 13 Bandagen, 4 Flopper, 6 Mice. Der hat ein Gott-Inventar, um das Ganze zu hier laufen. Und ich glaube, das wird er auch schaffen. Ich komme mal ganz kurz bei den anderen vorbei. Was die jetzt noch im Inventar haben. Der andere, der Kollege, hat ein Medkit hier. Tipsy, meinst du? Das war der, der im Baum war, ne? Aber der wird das nicht überleben. Sind das Zweiertix? Schon, oder? Das sind Zweiertix, ja, ja. Er hat verloren. Also das kann er nicht gewinnen. Oh, 5. Beide holen sich gegenseitig. Oh mein Gott. Sie haben sich gegenseitig... Warte mal, aber der hat jetzt noch zwei Medkits. Wer ist denn das jetzt? Top 2 Situation. Top 2 Situation. Albo mit 4 Flopper und einem Medkit. Und der Kollege hier mit einem Medkit. Dark Venus, das ist mein Mod. Dark Venus, da oben ist... Oh mein Gott. Da oben ist ein Medaillon. Und noch Bandis. Ey, das wird nochmal spannend jetzt. Zwei Bandagen und ein Medkit gegen... 4 Flopper, 4 Fandagen und ein Medkit. Also, Bro, wenn Albo das nicht gewinnt... Der muss ja sowas von gewinnen. Der muss ihn eigentlich suchen. Ja, ja. Ja, aber wie soll er ihn finden? Und dann Coen so übel rein... Wir können es ihm sagen. Venus, er ist drüben. Er ist drüben, Bro. Da drüben. Bei dem abgelegenen Haus. Beim abgelegenen Haus, Venus. Einfach noch reingreifen. Ja, das muss man ein bisschen spannend machen. Was macht der? Wo läuft der Laken? Venus. Venus, beim abgelegenen Haus. Ganz schnell. Er weiß es. 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 Sehr gut. Albo, jetzt wird es nochmal spannend, Bro. Aber, Bro, wir müssen ein bisschen reingreifen, Bro. Du hast ein Medkit, vier Flopper noch. Venus wird es eh nicht schaffen bis dahin, sage ich. Fünfer Tick schon. Ja, ja, er schafft es nicht. Er kommt gar nicht hin. Albo, GG. Er kommt nicht hin. GG. Vor allem, unter welcher Cone ist er jetzt? Das wissen wir auch nicht. Das ist halt natürlich die Frage. Irgendwo in diesen ganzen Metal-Dingern drin. Krass. GG's. GG's. Albo, sehr starkes Spiel, Bro. Sehr verdient. Zweite Start. Es geht zu Fencing Fields. Wir sind wieder 100 Spieler. Wir haben jetzt die erste Runde eigentlich einen gar nicht so schlechten Start gehabt. Aber, äh, ich muss schon sagen, es war, war jetzt ein bisschen bitter, dass er da irgendwie in meine Box gekommen ist. Albo hat jetzt die erste Runde gewonnen, hat sich damit 1000 V-Bucks ergartet durch ein Y-Loft. Das wird wahrscheinlich jetzt wieder so passieren in Fencing Fields. Es ist natürlich nicht so einfach, jetzt mit so vielen Spielern, oh mein Gott, mit so vielen Spielern hier irgendwie was an Loot zu bekommen. Deswegen, man muss natürlich irgendwie der Erste sein, der hier droppt. Äh, oh mein Gott. Zweite Runde. Wir landen jetzt alle bei Fencing Fields. Und diesmal lande ich jetzt sogar auch drin. Ey, ich glaube, es wird jetzt wieder zwei Sekunden gehen, die Runde bei mir. Ich versuche auf Smart nach hinten zu landen. Ich glaube, alle werden nach vorne gehen. Ich werde versuchen, hinten zu landen. Ich brauche jetzt eigentlich instant eine Waffe. Wir versuchen direkt ins Main Building reinzugehen. Oh mein Gott, das haben schon Leute echt guten Drop. Einfach direkt außenrum. Da, wo nicht die Leute denken, dass man reingeht. Impuls jetzt. Nein, ich bin tot. Oh mein Gott, erstmal weg. Hier irgendwie rein. Hier ist eine Chess. Okay, eine MP. Hier ist jemand gestorben. Oh mein Gott. Ich werde mich hier erstmal abboxen. Erstmal abboxen. Nein. Hier ist einer. Was macht hier einer? Nein. Ich habe einen Backimpuls. Ich habe 19 HP. Das war sehr, sehr close. Ich muss mich jetzt einfach irgendwie abboxen. Mal jetzt irgendwie gucken, dass ich jetzt irgendwie an Healing irgendwie rankomme oder so. Aber das schaut jetzt gar nicht gut aus für mich, sage ich ganz ehrlich. Vielleicht kann ich mir irgendwie Beeren holen. Aber wenn mich halt einer jetzt sieht. Oh mein Gott, hier ist noch was zu looten. Wir müssen uns irgendwie von Müll ernähren. Irgendwas. Alles sehr, sehr stark contested. Und logischerweise, wir sind hier 100 Spieler. Ich glaube, ich lande jetzt hier auf der Terrasse und gehe instant rein. Ich habe echt einen sehr guten Drop. Bin ein sehr krasser Head. Okay, hier vorne ist direkt eine Waffe. Wichtig. Wir gehen direkt rein. Ja. GG, man konnte nicht mal bauen. Ich hatte nicht mal Zeit zum Bauen. Oh mein Gott. Let's go. Einer dead. Aber er hatte nichts für mich. Okay, 46 Spieler noch alive. Ich ziehe nichts, was ich benutzen kann. Wie noch eine Beere oder irgendwie sowas. Nee, ne? Hier ist gar nichts. Ich muss echt chillen irgendwie. Oh, je, 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 je. Hier ist eine Chess. Oh mein Gott. Oh, warum denn so ein Stuff? Nichts zu healen. Oh nein, wie bitter. Oh, wie unlucky, dass da eine Chess ist und dann so ein Stuff rauskommt. Und er macht unten auf. Ich fass es nicht. 36. Johnsy? Ja. Lebst du noch? Nee, ich bin schon, ich war instant tot. Instant tot? Okay, okay. Instant, instant. Ja, lass mal ein bisschen, lass mal hier ein bisschen gucken, was hier passiert. Oh mein Gott, hier sind hier viele. Warum, hä? Cracked? Was ist ein Luxus? Dass die Leute hier cracked werden. Nee, dann einfach ein Mad Kid und Minis dabei. Wo bist du ganz genau gedroppt? Genau, oben im Haus drin. Ich hatte eine SMG und ich habe so gelaggt, dass ich einfach instant tot war. Ich war das Ganze auch direkt auf 19 AP und ich habe dann irgendwie noch überlebt. Keine Ahnung wie, aber es war, ich habe auch nicht, ich habe auch nicht mehr viel gemacht. Digga, das ist auch ein anderer Albi-Skin. Oh. Weißt du? Der da einfach mit so einer, mit so einem, mit so einem Shield oben im Dach drin sitzt und die ganze rauskauft. Digga, das sieht so wild aus. Oh. Surfing, sir. Ui. Oh mein Gott, was geht denn hier ab jetzt? Ah. Keine Ahnung-Skin. Mit nur einer MP und cap, cap, cap it. Also die Loadouts sind ja hier so wild, ne? Weil die Leute halt nichts haben. Oh mein Gott, der Bot wird sich jetzt geholt. Ja, er Bot ist down. Oh, oh, oh. Oh mein Gott, jetzt hat er Gottstaff. Oh mein Gott hat er jetzt Gottstaff plötzlich. Bro, von einer blauen MP zu einer lilanen Pamm, goldener, also mythischer Ska und einem Medaillon. Ach du heilige. Und er droppt seine, seine, seine blaue MP. Warum machst du das? Bro, die war, die war dir so treu über das ganze Game über. Für wen bist du, Albi? Ähm, ich bin gerade überlegen, aber ich glaube, ich bin halt tatsächlich für den No-Skin mit dem Medaillon. Wenn der seinen Mad-Kit jetzt irgendwie nicht usen muss, dann gewinnt der jetzt mit dem Medaillon hier von Fencing Fields. Aber man kann doch angeln, Albi. Ich weiß, aber trotzdem hat er jetzt sehr gute Voraussetzungen. Boro lebt wieder, Boro lebt und hat wieder ein Med-Kit und zehn Bandagen, Albi. Echt jetzt? War der letzte Runde dabei, oder was? Ja, das war der, der mich geholt hat mit der mythischen SMG. Ah, okay. Einer schon in der Zone. Was hat er für einen Skin an, Albi? Geh mal auf Paul on Prime. Was hat er für einen Enden-Skin an? Wie hässlich. Der Arme. Nein, schau es dir an. Skipp durch. Hätte man nicht so einen hässlichen Skin gesehen. Er hat gegrieved. Nee. Nee, er hat jetzt, er hat die mythische Ska. Warte, ich bin jetzt hier im Spectaten-Fight. Die Leute, die haben hier, also langsam echt krassen Stuff, ne? Oh mein Gott, wer ist er? Cap, 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 Lina-Nap, Pump. Blaue MPO wird jetzt nicht sprayed. Bau doch, mach doch was. Okay, Top 19, ne? Der Typ hat fünf Kills, den ich jetzt zuschau, ne? Ja, dieser weird Enden-Skin hat drei. Ich glaube, der wird mir nicht angezeigt. Der wird mir ein Snow-Skin angezeigt, den du meinst. Doch, also wenn der mythische Pump, äh, mythische Ska hat, dann siehst du es ja. Ja, mythische Ska, das ist bei mir ein Snow-Skin. Echt? Warte mal, ich schick dir kurz ein Bild. Ja. Schau dir was dir an. Wie hässlich. Hä? Hä? Das ist der? Das ist der. Was geht denn ab? Okay, warte mal, es geht ins Ziel auf, ne, Johnsy? Lasse lebt noch mit drei Mad Kids. Oh, das ist krass. Er war beim Automaten, Alvi. Oh, das ist smart. Oh mein Gott, der eine schlägt sich hier an und den anderen. Top 16 jetzt. Oh mein Gott, Lasse hat dir diese Impuls-Nates, weißt du? Diese Ding-Nates. Drei Mad Kids, boah, das ist schon sehr stark. Ist auch sehr, sehr chilling hier. Ja, und er hat halt diese Nates, ne, für Gold. Boah, der ist sehr, sehr chilling. Der ist sehr, sehr chilling. Oh mein Gott, da läuft sogar noch einer. Vielleicht könnt ihr den sich holen. Oh, Lasse geht's richtig gut mit drei Mad Kids. Boah, das schaut sehr gut aus. Man kann ja noch angeln, ne? Man könnte dann noch angeln da drin. Ja. Oh, hier ist noch einer mit zwei Flopper und einem Mad Kid. Hier wird jetzt noch gefeitet auf Krampf. Oh, 8 HP, 6 HP, 5 HP. Äh, das ist knapp, bro. Lass los, bro. Lass los, ja. Hier ist noch ein Superheld. Oh mein Gott, wenn du den... Äh, Superheld sag ich schon, Fußballer. Okay, oh mein Gott, dem geht's aber jetzt richtig gut, dem Nosekin hier. Weißt du, wer da umgegangen ist? Zwei Mad Kids und drei Bandis. Was? Wer? Lasse. Oh, Lasse? Hä, nee, Lasse lebt bei mir noch mit zwei Mad Kids. Nee, weil der war grad beim... Der war grad auch beim, äh, Ding. Weißt du, beim... Lasse lebt bei mir noch mit zwei Mad Kids. Beim Automaten. Oh, Lebkuchen, der wird jetzt auch hier sterben, sag ich. Ja, der Lebkuchen, schreiben sie auch rein, dass der auch gegrieft hat. Lebkuchen dead. Raus aus der Lobby. Und jetzt haben wir die Top-4-Situation. Wir haben jetzt hier noch den pinken Superhelden. Das ist Lasse, der gönnt sich jetzt hier sein erstes Mad Kid. Ein zweites? Ist schon sein zweites? Ja, er hat ja nur noch eins danach. Er hat jetzt noch ein Mad Kid dabei. Was haben die anderen? Ja, dann hat der... Der Kollege hier hat auch noch ein Mad Kid. Die Surfer hat auch noch ein Mad Kid. Probiert jetzt hier, Lasse, zu snipen. Alle haben ein Mad Kid. Wenn jetzt jemand angelt, das wäre so ein Big-Klatsch. Weil man kann überall angeln, neben Wasser, ne? Also, wenn jetzt jemand sich eine Angel holt und in den Pool angeln geht, Digga, das wäre so ein krasser Klatsch. Aber ich glaube, ich glaube, Real Talk, dass hier der No-Skin... Wer ist der No-Skin? Der No-Skin ist, äh, Paolo Prime. Achso, das ist der Enten-Skin? Ja, ist der Enten-Skin. Oh, ja, dann der Enten-Skin hat eigentlich gewonnen. Top-4-Situation. Ich bleib jetzt mal auf dem No-Skin drauf, weil ich glaube halt Real Talk, dass der das holt. Weil er hat eigentlich, er hat den absoluten Heal-Off-Vorteil. Aber warum siehst du ihn nur als No-Skin und nicht als... Das weiß ich nicht. Als End-Skin. Ich glaube, der Skin ist so hässlich, dass Fortnite sagt, ne. Ne. Nicht für's Video, das können wir nicht zulassen. Immer noch Top-4-Situationen. Lasse noch immer einen Mad-Kill, 60 HP noch. Oh mein Gott, hier ist Fight. Surfer-Hexe geht jetzt gleich down. Oh mein Gott, Surfer-Hexe wird komplett gebullied. Oh, Lasse jetzt... Uh, Lasse gegen hässliche Ente? Gegen hässliche Ente. Ich glaube, Lasse hat am meisten HP, ne? Ja, das kann sein. Oh mein Gott. Nein, 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 das war ultra der dumme Move. Warum moved er denn? 5 HP. Nein. Nein. Er muss sein Mad-Kill abbrechen und er geht zurück. 27 HP nur noch. Oh, Lasse, Lasse laufen, Lasse, Lasse laufen, hässliche Ente. Du musst dein Mad-Kill jetzt irgendwann poppen auch selbst. Geh nicht so viel Risiko. Der Kill lohnt sich nicht. Der hat eh nichts dabei. Okay, stark, holt sich ihn trotzdem. Und jetzt noch das letzte Mad-Kill. Haut er sich rein. Gegen einen, der aber immer noch 60 HP oder sogar voll ist. Und noch ein Mad-Kill. Wer ist das? Wer ist der andere? 47 G Frosty. 47 G Frosty gegen, wie heißt die Ente? Paulon Prime. Paulon Prime gegen Frosty. Wie ich sie sagen muss. Oh mein Gott. Und jetzt geht's in den Buildfight rein. Das letzte 1v1, das ist nicht mehr ein Heal auf. Die fighten sich jetzt wirklich. Ah, ja, ja. Paulon Prime muss jetzt irgendwie ein bisschen runtergehen. Hat aber halt das Medaillon noch dabei. Das ist natürlich sehr, sehr geil. Falls jetzt noch in den Fight gehen sollte. Paulon Prime coned jetzt Frosty. Frosty ist mit Problemen. Kommt aber wieder hoch. Baut ihn zu. Er darf mir jetzt einfach keine Zeit geben, das Mad-Kill zu healen, ne? Ja, ja, ja. Ja, Frosty. Oh, oh, der. Oh Gott, er holt ihn sich. Paulon Prime. Der Mann mit der hässlichsten Ente auf Erden. Holt sich jetzt das Game in Fencing Fields. Mit 9 Eliminierungen. GG's und Schüss in den Chat. Unfassbar. Ey, falls ihr so einen Content feiert. Sehr, sehr gerne ein Like auf dem Video da lassen. Und vergesst auf gar keinen Fall auch den Kanal kostenfrei zu abonnieren, damit ihr auch keine Videos mehr in Zukunft verpasst. Glöckchen aktivieren natürlich auch nicht vergessen. Und für den ultimativsten Support. Sehr gerne im Itemshop. Einfach rechts unten kurz hier anklicken und den Credit-Code ALIVB eintragen. Wird mich sehr, sehr unterstützen, falls ihr so ein Format und solche Content-Formate feiert. Danke für den Support. Und ich würde sagen, wir sehen uns in zwei Tagen wieder. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. 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 Tschüss.